Wir fahren jetzt von Bernabau runter, Forststraße, es wird Abend, schöne Kaltenbachstraße, los geht's. Das Auto ist genial, im Raumschiff fährt es sich natürlich viel besser. Und der Emil macht Video von mir, vom Auto, von was auch immer. Da die Hightech-Anlagen. Ein Klump hat geschissen. Das nächste Mal fahr' ich mit Mountainbike auf, da kann nichts passieren. Es hat zwar mehr Gänge, aber... Die Straße hab' ich vorher eh nur im Zeitraffer. Du kannst auch ein bisschen sehen, es wird dann dunkel. Aber bis auf eine Kuhflade am Reifen ist ja nichts passiert. Da ist betoniert, unten ist wieder ein Gestreit. Das ist auch... Trust me, I'm an Ingenieur. Das ist ein Kuh. Das Problem ist nicht, dass ich schlecht Auto fahr', das Problem ist ja, dass ich zweieinhalb Tüb dringend und keine Brillen hab' und es wird dunkel. Ja, dann fahr' da ein bisschen langsamer. Ich fahr' eh über langsamer. Ja, ja. Ich kenn' die Strecke ja auch blind. So ist es ja nicht. Wir sind ja schon in der Nacht mit der Sturmrodel runtergefahren, mit weit höherer Geschwindigkeit und ohne Bremsen. Und ohne Bremsen, ja. Und mit viel mehr Promille und Dioptrien. Also wird das mit dem Raumschiff kein Problem sein. Außerdem kann ich hier in den Schwebemodus schalten, wenn sie dann mit dem... Dipp, 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 psst! Und wir fliehen. Na ja, ich graben, aber ist ja wurscht. Jetzt kommt die berüchtigte Kurve, eine Katze. Eine Katze, eine Katze! Da werden mich meine veganen Freunde umbringen und aufpassen. Die berüchtigte Kurve, wo wir mal nicht raufgekommen sind zu Silvester. Ich hoffe, wir haben die Katze nicht getötet, aber ich hab' irgendwas knirschen gehört. Das könnten Knochen gewesen sein. Die berühmte Mühle wird man jetzt nicht mehr sehen, weil sie zu dunkel sind. Ich probier's trotzdem. I see your darkness. Naja, das Biesel hat man sich gern. Knochen rum. Rassenden da nicht. Knochen rum. Schon mal. Andere ist... Also Skitourengeher sollten uns jetzt keine hinbekommen, den rutschen wir dann schön rein. Und die Steckengeher ist eh nicht schade, ich fange jetzt auch an zu Nordic Walken. Echt? Ich komme in das Alter einfach. Hör auf zum Drogen nehmen und fang an zum Nordic Walken. Dann kann ich mich zum Sterben legen. So schaut der Leben aus, oder? Ja. Vielleicht dazwischen noch ein bisschen was arbeiten, dann Baum pflanzen. Mehr muss ein Mann ja nicht machen im Leben, oder? Nicht wirklich. Jetzt kommt die schärfste Kurve überhaupt, schaffen wir die mit Handbremse. Ich habe ja keine Handbremse. Ja, das ist ein Schatz. Geht sich das so überhaupt aus? Na sicher. Privatbrücke, Durchgang verboten. Das ist die Reinhard-Reisinger-Brücke, bitte. Wahrzeichen von Spital am Semmering. Ich wollte es auf Google schon so benennen, aber sie haben historische Recherchen gemacht und haben keine Hinweise gefunden. Aber ich werde die nicht aufgeben, ich werde für den Reinhard-Reising eine Wikipedia-Seite anlegen. Sehr gut. Und dann kann Google auch recherchieren und kann die Brücke endlich benennen. In Google Maps. So, we are in the hood. Sonnenwinkel. Ja, damals echt. We are in the hood. Ja, damals. Packen wir sie ein und die Ruhe ist da. Sehr gut. So, abgehen. Over.